herzlich willkommen im heutigen video zeige ich ihnen eine weltklasse plattform für affiliate marketer wo die besten software für das internet marketing zu erhalten sind wo wirklich top kurse für facebook marketing youtube marketing und so weiter alles enthalten ist zu einem äußerst günstigen preis also bekommt man wirklich diese kurse teilweise für 30 dollar wo man bei uns mehrere hundert dollar zahlen würde oder hunderte euro zahlen würde wirklich äußerst billig und darüber hinaus bekommt man als affiliate marketer noch gigantische provisionen wie sie das wahrscheinlich noch nie gesehen haben bleiben sie dran ja nochmal herzlich willkommen zu diesem video und wie gesagt hier geht es jetzt um einen tollen tipp für das affiliate marketing ja von mir aus auch auf deutsch die seite die ich ihnen jetzt vorstelle ist zwar auf englisch aber das macht nichts es geht hier vorwiegend um software und kurse also die software die funktioniert natürlich auch auf deutsch und ja die kurse da sollte man ein bisschen englisch können aber kann denke ich mal heute sowieso jeder zumindest soviel dass man es versteht also die seite wo man hier das affiliate marketing betreiben kann nennt sich jwisu.com den link finden sie dann übrigens unten in der beschreibung und ja das ist ein amerikanisches netzwerk wo viele software ersteller und internet marketer deren kurse integrieren die man dann kaufen kann und was hier äußerst positiv ist ist dass diese kurse wirklich günstig sind und auch die software die seite ist im prinzip so aufgebaut dass man ich zeige ihnen das jetzt dann gleich dass man auf eine verkaufsseite kommt also man kann zuerst mal die produkte suchen dann kann man die verkaufsseite sich ansehen wenn man hier als affiliate angemeldet ist das ist übrigens kostenlos das können sie machen das zeige ich jetzt aber nicht denn das ist wirklich ganz einfach einfach registrieren und dann ist man hier drinnen ich bin jetzt hier bereits eingeloggt und ja ich habe hier eine kleine provision die ich mir noch nicht ausgezahlt habe hier drinnen und ja dann ist man jetzt hier ich zeige ihnen jetzt einfach mal wie das ganze funktioniert sie können hier produkte suchen sie bekommen aber auch beinahe täglich wenn sie registriert sind e-mails mit den besten angeboten und den besten produkten die man bewerben kann aber ich zeige ihnen jetzt mal wie das hier drinnen funktioniert ich bin hier als affiliate registriert und jetzt können sie hier beim market nein entschuldigung das war falsch wenn sie auf affiliates gehen hier find products da können sie jetzt Produkte suchen ok dann kommt man jetzt hier hin und hier sind jetzt die Produkte nach der Reihe aufgelistet und ja ich zeige ihnen jetzt hier unten sind alles jetzt hier Produkte und hier gibt es ein Ergebnis von 32.815 Produkten die hier drinnen sind die alle irgendwie mit Affiliate Marketing und so weiter zu tun haben ich zeige ihnen jetzt wie das ganze aussieht hier sehen sie zum Beispiel einen der Bestseller auch ein Produkt das ich sehr gerne beworben habe den Videomaker GFX man kann hier einfach auf diese Seite gehen man sieht dann drunter den Produzenten ich mache jetzt hier mal einen Rechtsklick damit mir diese Seite anhalten und gehe auf Open Link in a new tab dann komme ich bei diesem Produkt mal auf die Übersicht da sieht man das kostet 67 Dollar und die Kommission also die Provision die der Affiliate bekommt sind 60% also man bekommt hier weit über 30 Dollar bei einem Produkt das 67 Dollar ausmacht also das ist der absolute Wahnsinn das kann man hier nur verdienen weil eben das alles Software sind die keine wie soll ich denn jetzt sagen das ist kein physisches Produkt das einen Erstellungswert hat darum kann man hier solch hohe Provisionen zahlen ja lange Rede kurzer Sinn hier sieht man einmal die Übersicht dann ganz wichtig hier drunter steht SalesFundle dieses Produkt enthält drei weitere Upgrades also das funktioniert hier immer so das ist typisch amerikanisch man kommt hier mal auf dieses Startprodukt und dann kommen wenn man das gekauft hat hinterher nochmal drei Verkaufsseiten wo man noch Upgrades kaufen kann zum Beispiel mehr Animationen wie sie bei dem Video Make a Fix ist und so weiter also da wird man hier gleich darauf hingewiesen und hier drüben auf diesen grünen Knopf kann man sich gleich die Verkaufsseite ansehen die offizielle Verkaufsseite da klicke ich jetzt auch drauf hier kann man sich bereits diese Verkaufsseite ansehen ok nur soviel dass ich das mal her gezeigt habe so läuft das im Prinzip ab wenn man dann dieses Produkt bewerben will dann sendet man einfach diesen Anbieter eine Nachricht das ist auch ganz einfach und bitte dem dass man dann dass er einem die Erlaubnis erteilt hier Affiliate zu werden und dann dauert das in der Regel ein zwei Tage bis wann freigeschaltet ist und dann bekommt man genauso wie ich hier diesen grünen Button mit Get Links wo man dann seinen eigenen Affiliate Link bekommt mit dem man dann diese Sachen bewerben kann und wo dann auch bei Jvisoo nachverfolgt werden kann von wen jetzt dieser Besuch oder dieser Käufer kann. Das funktioniert einwandfrei ich habe hier schon einiges an Geld verdient mit diesem Jvisoo und ja eine tolle Sache. Ich möchte jetzt nur nochmal zum kleinen Überblick geben was hier alles drin ist zum Beispiel der Video Make a Fix sind viele Videosoftwares drin man kann dann hier auch nach Keywords suchen wenn man YouTube eingibt oder Facebook dann spuckt einen diese Suchmaschine alle Produkte aus die die irgendwie mit Facebook Marketing oder YouTube Marketing zu tun haben und nur vielleicht kennen Sie ja bei uns in Österreich und Deutschland gibt es ja diesen Service der nennt sich Trustviz wo man offiziell jede Webseite verwenden kann um Popups zu schalten. Da gibt es zum Beispiel hier in Amerika ein einfaches WordPress Plugin da hat man keine monatlichen Kosten wie das bei Trustviz ist. Dieses WordPress Plugin installiert man einmal kostet auch nur ich weiß nicht ein paar Dollar und das läuft dann oder es gibt auch ich sage mal viele Kurse über Facebook Marketing wirklich aus erster Hand da würde man in Deutschland ich glaube 300-400 Euro bezahlen und da zahlt man hier so um die 30-40 Dollar und das ist das Wissen wirklich aus dem ja da wo es erfunden wird. Es kommt alles was hier wertvoll ist aus Amerika und die bieten das ist sehr günstig an und alles von den deutschen und österreichischen Internet Marketer oder Schweizer und sage ich mal ist irgendwie alles hier von den Amerikanern geklaut und bei uns wird das dann um ein Schweinegeld verkauft. Wenn man eigentlich kann sehen Sie sich bitte hier oben hier bekommen Sie alles äußerst günstig. Ja das ist jetzt mein erster Tipp Jvisu eine Seite die ich nicht mehr missen möchte. Setzen Sie sich mal drauf um und testen Sie das Ganze. Gut das war es jetzt eigentlich zu diesem Video. Wenn es für Sie nützlich war und hilfreich dann würde ich mich freuen wenn Sie mir ein Gefällt mir geben. Gerne können Sie mir auch Ihren Kommentar und Ihre Fragen in der Kommentarsektion unten posten. Und ganz wichtig abonnieren Sie meinen Kanal damit Sie eine Benachrichtigung bekommen wenn ich weitere Videos hier hochlade. Irgendwo hier im Video finden Sie einen Button wo Sie das mit einem Klick tun können. Also jetzt Kanal abonnieren. Gut das war es jetzt bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment noch. Bevor Sie dieses Video verlassen habe ich noch ein weiteres Video für Sie. Wenn Sie jetzt gleich auf dieses Video klicken dann lernen Sie den wohl wichtigsten Satz im Network Marketing und Vertrieb. Als der Networker den ich Ihnen in diesem Video vorstelle diesen Satz begann zu sprechen da hatte er nach zwei Monaten ein Vollzeiteinkommen obwohl er vorher keinen einzigen Vertriebspartner gesponsert hat über einen Zeitraum von zwei Jahren. Es ist unglaublich der Satz wirkt ich habe jetzt selbst versucht. Klicken Sie jetzt auf das Video und sehen Sie sich an was dieser Satz zu bilden hat. Tun Sie das jetzt.